Leute, wenn ihr diese Dings, also das Top Secret Ebene habt, ist mir was aufgefallen, ihr könnt hier Leben farmen, weil wenn man da reingeht und dann einfach mal so abholen, rausgehen, nochmal rein, abholen, rausgehen, hier kann man schon Leben farmen, das ist ja geil. Man kann ja einfach raus und rein und rein und raus und das ist wie bei einer Frau, rein, raus, rein, raus, weißt du, und schon fühlt man sich besser, zumindest lebentechnisch. Bis 60 mache ich hier noch und kann man machen, ne, ist jetzt, das haben die Entwickler bestimmt nicht bedacht, ne, dass man hier auch Leben farmen könnte, auf einer komischen Art und Weise. So, dann geht mal wieder da hin und dann sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Achso, in den Wald der Illusionen gehen wir noch nicht rein, wir gehen erstmal ins Spukhaus und machen das. Ich will erstmal nochmal ein bisschen Sega's Heavy machen, so, man weiß ja nie. Ja, Yoshi, muss ja draußen bleiben, natürlich. Spooky Musik. Das war das Einzige, was ich hier noch machen werde, weil... Ich will im Livestream nachher nichts vorwegnehmen, also spoilern. Ich will mich nachher nicht spoilern, was ich hier schon geschafft habe. Und das wäre nämlich nicht schön. Hm? 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 Kannst du auch mal springen, Junge? Spring doch mal! Ach, Junge. Junge. Wie behindert muss man sein? Hehehe. Alter. Junge. Chill. Chill your life. Muss man hier nicht irgendwo hoch? Achso. Hier kann man... Scheiße. Hier kann man scheiße, ja. Hier kann man sehr viel scheiße. Sogar übermäßig! Sogar übermäßig! Just what I needed. Hm. Yeah. Ja. 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 Ich mag nicht warten. Ja, ja. Ich mag nicht warten. Geist gehüpfelt. Gehüpfelt. Gehüpfelt? Gehüpfelt. 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 Schönes Wort. Nice Wort. Schönes Wort des Jahrhunderts. Come on. Oh. Wow. Ich weiß jetzt nicht, was das hier bringt. Oh, eine Münze. Ist hier noch irgendwas? Was ist hier noch? Ey, hallo! Kommt da auch mal. Wenn man zu neugierig ist, ne? Dann kriegt man einen auf den Sack. Dann kriegt man echt einen auf den Sack. Das ist leider ne Tatsache. Ja, natürlich. Wieso springst du nicht, du Volllappen? So. Alter, Volllappen, Alter. Wieso nicht? Nee, warte mal. Was mach ich denn? Nee. Ui. Wow. Wie hab ich nie gekriegt? Wie hab ich nie gekriegt eben? Das wär ja geil. Darf ich jetzt noch nie verlieren. Ui. Junge. Einmal durch, bitte. Jetzt kommen wir die Blasen wieder. Nein, du willst mir keinen Blasen. Ah, 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 ah. Oh mein Gott. Kommst du mal her, hier? Hm. Oh. Kommt hier noch ne Blase oder so? Das ist die Kumpelblase, die rumfliegt einfach. Die nimm ich mal mit. Ich weiß nämlich nicht, wozu der ist. Ah. Zack. Hm. Eeeeh. 30. Super. Und alle Münzen. Das ist doch super. Freu ich mich. So. Ähm. Ja, im Vanilledom 3. Ich mach jetzt mal ne Sicherheits-Savie. So. Ja, im Vanilledom 3 geht es dann. Im Livestream weiter. Und ich hoffe, dass das dann einigermaßen im Ordnen ist. Bis dann, Leute. Ciao. So. Da sind wir im Spielchen drin. Und mir fliegen gleich die Ohren weg. So. So. So machen wir das mal so. Ich hoffe, dass es... Ich hoffe, dass es nicht so laut, weil... Ich hab's jetzt noch nicht gesagt, aber... Warte mal. Warte mal. Mal gucken gerade. Das läuft doch super. Ähm. Halt. So. Nein. Mist. Ah ne doch. Ach, ich bin doch bescheuert. So. Nein, das wollte... Ach, das wollte ich noch nicht. Ich... Oh, ich drehe durch. Ich seh nicht mehr durch. Jetzt aber. So. Ähm. Ja. Also. Was ich noch sagen wollte, ist... Die... Ich habe, weil ich Angst hatte, ähm, keine Aufnahme mehr, keine Aufnahmen mehr so haben, die ich hochladen kann bei YouTube, habe ich ein bisschen, ähm, noch ein paar Parts aufgenommen vorher, bevor ich gestreamt habe. Das war aber ein bisschen zu... Da habe ich mich aber ein bisschen verschätzt, weil im Endeffekt brauchte ich die nicht. Deswegen ist das jetzt so, dass ich jetzt wieder woanders bin in der Welt und... Und, ähm, ja, deswegen ist das halt ein bisschen anders jetzt und deswegen sind wir auch jetzt ein bisschen weiter. So. Prost. Achso. Wieso kann ich... Zeige ich das in der Kamera? Die... Ich habe doch gar keine Keim drin, nur gescheuert. Dass immer noch die Aufregung ist. Ah. Wow. Ja, wir sind jetzt im Vanille... Oh, Vanille. Mmh, lecker. So. Oh, hier muss ich... Nachdem müsste ich mich ja wieder einspielen, aber... Ich kann ja nicht, im Livestream geht das ja nicht. Da musst du nehmen, was man kriegt. So, machen wir mal die Vanillelung. Achso, für Leute auf YouTube, wir machen das jetzt hier leider. Leider. Wir machen das hier im Livestream und mit Pfeil und oben die Leiste, die graue, die kann ich jetzt leider nicht wegnehmen. Weil man sonst im Livestream und in der Aufnahme beschissen sehen würde. Und deswegen kann ich das hier jetzt nicht ändern. Oh, Glück. Glück im Ungelück. Blume fressen. Fress die Blume. So. Yoshi hat Hunger, der muss Blume fressen. Oder diese komischen... Na, kommst du her? Ich bin eine Münze. Wow. Das war knapp. Das war ein bisschen knapp, ne. Bis jetzt geht das Level aber noch. Ich finde auch schön, dass das so flüssig noch läuft, weil ich nehme das ja noch auf und streame das und ob noch ein paar Sachen im Hintergrund laufen. Finde ich schön. Zwei Münzen erst. Gepunktete Pflanzen essen, das ist ein bisschen lecker. Vor allem gesund. Mal gepunktete Pilze, das ist ein bisschen auch gesund. Hier kommt man nicht rein. Nee. Wieso ragt eigentlich seine Mütze in der Röhre rein? Also nicht rein, sondern außen rum. Und wenn man dann hüpft, dann müsste der doch da nähe, also davor so springen. Das ist irgendwie unlogisch. Ja, mit unlogischen Sachen da, äh, naja. Ich werde mal eine Schildgröde schicken. Locken. Boah. So. Geht's hier rein? Hm. Alter, ist ja glatt hier. Ist ja glatt, habe ich jetzt gar nicht bedacht. Hm. Boah. Also die restlichen Folgen, also die ich vorher gemacht habe, die könnt ihr dann auf YouTube gucken. Münze. So. Blölelele. Blölele. So. Boah. Geh doch mal da rein. So. Hui. Ach, der geht ja gar nicht da hoch. Der alte Saftarsch. Achso, da muss ich ja gar... Ähm. Hab ich jetzt was verpasst? Das wär scheiß. Das find ich gut. Das find ich gut. Hm. Hm. Boah. So. Autsch. Autsch. So blöder. Äh, was? Tschüss, Yoshi. Ich muss hoch. Ich muss hier durch. Ich eie hier auch immer rum. Das ist unfassbar. Ja. Na toll, jetzt kriegt die Feder nicht mal. Ihr wollt mich noch mobben. Mobben wollt ihr mich. Nein, ich spreche leider kein Englisch. Oder kaum. I speaking... Very... Äh... Was heißt wenig? Ja, keine Ahnung. Wann? Keine Ahnung. No. Ach. Äh... Ich weiß nicht, was wenig heißt auf Englisch. Keine Ahnung. I speaking not so good English. Please, sorry. So. Äh. Na gut, ohne Ausrüstung ist hier... Ach, scheiße. Ich hab hier Dings gegessen. Verdammt. Hm. Das ist dezent blöd. Dort ist dezent blöd, ne? Muss ich mal so zugeben. Wow. So. Münze. Ach siehste, die Münze hab ich verpasst. Nur den... Den war das sowieso. Aber wenn ich da... Hä? Muss ich denn da nochmal durch? Ich hab keine Ahnung. Das Level musst du so nochmal machen. Pilz! Deine Mutter wird geniedet. Wow. So. Nee. Nee. Achso, das kam mir alles vor. Achso. Ja, stimmt. Ich war ja schon über der Mitte. Ich hab gewonnen. Yeah. 17. Ich habe gewonnen. Da, 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 da. Hallo. Hallo. Hey, Skiller 88. Herzlich willkommen bei Livestream. Oder herzlich willkommen bei Livestream. Okay. Ich muss mir mal kurz Ausrüstung holen. Für die auf YouTube. Ich werde das skippen. Bis gleich. So. Wenn, machen wir ja... Den Vanilledom 3 nochmal. Aber ich muss erstmal... ...ein kurzen Savey machen. So. Ein Sicherheits-Savey. Dann brauche ich nicht immer wieder laden. So. Ja. So. Boah. Boah. Das vergeet nicht. Friss die Blume. Nein. Friss die Blume. Friss die Blume. Friss die... Ach. Ach, denn nicht. Kannst du die ein bisschen fressen? Danke. So. Wow. Hm. Seit wann können Totenköpfe eigentlich auf Lava schwimmen? Dann würde jeder Mensch doch eigentlich, der in die Lava fällt, wenn ein Vulkan ausbericht, müsste er eigentlich nach oben treiben, weil... Wenn so ein... Wenn so ein Schädel schwimmen kann auf Lava und nicht verbrennt, dann... Joa. Dann müssten Menschen doch eigentlich oben schwimmen. Zumindest die Knochen von dem. Oder das sind Asbestknochen, die man denn hat. So ein paar Pflanzen fressen ist auch... Würde zwar gerne sagen, Yoshi... Er ernährt sich... Vegan, aber... Wenn der diese Koopa-Shells frisst und alles... Dann sieht das wohl nicht so aus. Suche ich wieder glade Eis. Wow. Friss die Schels. So. So. Wow. Das war gut. Das war super. Nein, den nehme ich nicht. Geh rein. Nee. Geh dir. So. Da komme ich ja wieder nicht hoch, ne? Doch, sie ist so unfähig einfach mal. Der ist so unfähig, der Junge. Oder ich. Hm. Alter, kannst du auch mal fliegen? Juhu. So. So kann man das machen. Ziel. Die Mitte überspringen wollte ich ja sowieso. Uah. Und... Ja. Hui. Drei Münzen haben wir schon. Das ist schon mal super. Den Rest möchte ich auch noch kriegen. Das ist schon mal super. Boah. Oh oh. Gelittener geht's nicht, oder? Ich meine, gut, ich frage nicht erst, weil... Denn machen sie es noch gelittener und dann. Bravo. Die Bravo habe ich ja nicht abonniert. Das habe ich schon mal gesagt. Die werde ich auch nicht abonnieren. Ich bin ja kein pubertierender Vier... Wow. Ich bin ja kein pubertierender 14-Jähriger. Wow. Mua. Yeah, 17. Hat die Feuer nicht schon 17? Was? Nie. So. Ist eigentlich alles in Ordnung vom Ton her und vom Sound, also vom Hintergrund-Sound jetzt? Würde ich mal fragen wollen, ob von der Tonqualität so alles in Ordnung ist, vom Spiel und von mir. Warte mal, ich muss mal nur mal sehr viel machen. So. So. Würde ich mich mal fragen. Äh. Habe ich noch Ausrüstung? Ja. So. Machen wir denn das nächste Level? Äh. Wow. Was ist denn hier los? Ah nee, nicht das Level. Nein. Boah. Das war gelitten. Das war gelitten. Das Level. Boah. Bis jetzt hatte ich Glück. Wow. Wow. Ja, Mann. Was haben die geraucht? Oh, zick das jetzt. Ich will nicht wissen, was ich gerade gesagt habe, aber... Die war schießt definitiv weg. Hm. Alter. Oh, blitt mich doch an. Habe doch gesagt, das Level ist gelitten und ich werde hier mindestens einmal fehlen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ja, das ist gut, dass es läuft. Das ist sehr gut. Das freut mich, dass alles mit Sound okay ist. Boah. Hm. Ui. Alter. Boah. Nein. Haha. Nein. Nein. Ich habe es kommen sehen. Ich habe es echt... Ich habe es echt kommen sehen. Wenn man vor Schreck hüpft, dann... Ja. Gut, ich werde mir neue Ausrüstung holen. Bis gleich. Also für die auf YouTube. So. Gut. Da sind wir... Ups. Boah. Da sind wir wieder... Oh, ich habe schon wieder... Man vergisst das dauernd, dass hier dauernd was kommt, ey. Es ist... Es ist echt blöd. Wie ist jetzt die Musik? Schön. Na, Yoshi hat ja lange... Hat er nicht... Hat er nicht lange gehalten. Wieso versuche ich hier die Münze mitzunehmen? Das verstehe ich nicht. Die Münze muss ich höchstens mitnehmen. Das ist immer so gelitten, was ich hier mache. Kannst du mal da hoch? Na toll, jetzt habe ich statt der Blumen einen Pilz. Das ist natürlich... Boah. Dass ich so Geräusche von mir gebe, wenn ich so in so einer komischen Situation bin. Das ist unfassbar. Nein, die Mitte nämlich nicht mit. So. Jetzt haben wir die Mitte schon erreicht. Das ist ja schon mal... Alter. Haben die gelitten? Boah. Was die Entwickler geraucht haben, will ich auch mal haben. Das scheint gut zu sein. Und ihn gesund. Nein, Gott. Fail. Fail.